So, und willkommen zurück bei Mark of the Ninja. Weiter geht's in der Stadt Oshii mit die Spur des Schattens. Du bist in den Gebäudekomplex eingedrungen, suche jetzt nach Karajan. Dann fangen wir nochmal an. Karajan muss sich nahe sein. Aber wir brauchen ihn trotzdem noch. B. Tun wir das doch mal. Da ist nix. Und weiter abwärts. Da ist was. Und verstecken. So. Gucken wir mal. Hab ich... Ne, keine Körbe, aber die kann ich nicht. So, wie kann ich die... ...jetzt umgehen? Komme ich oben drüber? Ja, ganz elegant. Und da oben ist ein... ...Ventil. Gucken wir mal da nochmal. Hund. Hunde. Super. Grandios. Also doch vielleicht oben lang. So, zack, zack. Und oben drüber. Gucken wir mal, wie weit ich komm. Klasse, das hat es mir jetzt gar nicht gebracht. Gut, oh, oh, oh. Gucken wir mal, wie weit er kontrolliert. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. So, der Hund hat mich... ...irgendwie... ...jetzt hab ich nix, wo ich die Leiche verstecken kann. Na, klasse. Ah, ich hoffe, der patrouilliert nicht bis da... ...ha, ha, 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 ha. Hoch, hoch, hoch. Ah, ja, komm, die nehmen mal mit. Zack. Und... ...vorschlose Mord und Leiche verstecken. und hoch so da haben wir einen, da haben wir einen schlafenden Hund schlafenden Hunde sollen wir nicht wecken so das ist ein Nest von Vögel boah 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 das hätte man jetzt auch viel einfach haben egal so ja, der hat irgendwas gesehen aber es ist nicht mehr da, verkrümmel dich geh, weg zack und schnell vorbei ach ja boah ja, komm mach Platz mach Platz man merkt, man sollte doch teilweise sehr viel vorsichtiger vorgehen so haben wir den schon mal der ist hier entsorgt wunderbar und oben drüber was ist das sie locken die Doors try to pick the lock ok schlusser kann man knackern und weiter geht's der Sendetour so eine Patrouille schlusser kann man noch schnell durch aufstecken wir uns hier gucken wir mal rum ich würde jetzt warten bis der wieder runterkommt warte mal bis der runterkommt dann könnte ich mich da mit dem Haken eigentlich was ist das? was ist das? komm gucken komm gucken lauf in dein Verderben oder verschone ich dich ich bin ein grösser Gott zack genutzt so hier komme ich da oben noch weiter da oben komme ich noch weiter ich habe auch nicht herausgefunden was das für Gehbedinger sind ok äh ok ok einer mit einer Leuchtpistole also den nehmen wir mit schlitz schlitz aber da ist auch nichts wofür sich das jetzt eigentlich gelohnt hätte das heißt wir schwingen und so genau so hat ihn da zu nein und hat zu keiner aufmerksamkeit gezogen äh komm ich da rüber irgendwie denken wir ihn mal ein Stück ab na wo ist er denn ist er vorne jetzt ist er und muhaha da hat er dein Schild jetzt auch nicht viel geäufen mein Freund ach ja hin ok das ist nicht so toll das heißt wir gehen rumrum sch na komm na komm mach die Tür auf nein na zu weit gesprungen das heißt wir sind jetzt schon wieder hier ja 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 komm gucken ob da irgendwas ist zapp 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 nein da ist nichts dreh dich um dreh dich um und schlitz so easy peasy because for the stealth machen wir jetzt die Lampe noch kaputt hier kann man nicht durch das heißt wieder oben rum und wir warten so schlitz 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 die würde ich jetzt aber gerne zumindest irgendwo außer Reichweite bringen ablegen und hoch was ist das upgrades yay upgrades fähigkeiten zum geräuschlosen töten ausrüstung und upgrades können jetzt mit was auch immer das weiße freigeschaltet werden haha so was haben wir denn hankers drücke x während du an einem haltepunkt hängst um einen Feind zu packen und ihn zu erfüllen kaiserlicher abgrund wenn du direkt unter einem Feind stehst oder hängst drücke nach oben und dann x um in den vorzehens rauszuziehen aufsteigende schlange halte nach oben und x gedrückt um einen dreckig auszufinden in deinen Feind das bringt mir nix wie viele punkte hat ich stehen ich hab elf knallkörper hab ich schon kosten beide ach ja nochmal geiserliche Abgrund nehmen wir mit so Farb ist Ninja äh äh ah da könnte ich jetzt noch verschiedene Klamotten auswählen Angriffsgegenstände und die Ablehnung alles klar fertig ja ich will den Verbesserungsbildschirm verlassen klick klick fertig ja so und weiter geht's up yeah look at all the guards patrolling near that tower hm and see those antennas on the roof it must be a communication tower there could be something inside to help us find carajan ja dann versuchen wir doch mal her so warm wobei zu gehen äh ja ich denke du hörst etwas naa ja komm ich will zumindest heute mal das Achievement für kein Alarm auslösen ich hoffe ein Tod gesättet das so ja komm nächster Versuch na das heißt wir lassen uns erstmal fallen das ging tief oh ah defakt ne mal mit da vorne ist ein Ventil so haben wir schon mal ein weniger der wundert sich jetzt bei seinen Buddies jetzt weg guck weg und Schlitz Schlitz und ja hier kann ich ihn nicht verbrauchen warum kann ich den an an so Ventil ah ich kann den ich kann den aber mitnehmen so schmeißen wir ab noch ein Artefakt ausgezeichnet da ist nix und da haben wir einen den können wir aber umgehen der Pint auch nicht schlecht ah wunderbar äh das ist jetzt blöd weil wenn ich den jetzt da runterziehe wenn der gleich hier rüberkommt dann wird der da unten wach das heißt zack zack ja komm hallo ich steh vor dir mach mich tot ah geht doch und tot alles klar so und das ganze nochmal den geskippt so haben wir den hier ab bis hier komme ich da irgendwie durch ja aber da wird ich von den Lasern geschreddert bin ich auch nicht so gucken wir hier ja die beiden quatschen jungs ihr sollt nicht rauchen ihr sollt euch in meine Richtung bewegen damit ich euch elegant ähm ja ausschalten kann das heißt wir versuchen jetzt mal mit die Schneidung das war zu kurz zack ja du hast etwas gehört was war das was war das was war das wir schauen es mal ich dachte ich hörte etwas von hier nein zu kurz zu kurz gesprungen verdammt verdammt also nochmal die ganze Schose so langsam habe ich zumindest hierfür den richtigen Weg Schlitz Schlitz schläppen wir noch ein Stück an der Seite wieder hoch aha was passiert wenn ich mir jetzt noch so hoch schließe alles klar dann Knallkörper und dann lenken wir die beiden ab dann den da hinten und Schlitz so haben wir den weg und dann müssen wir da runter so ja wie schick ist das denn also Spinnenhänger und Bambuspfeile und da ausschalten alles klar zack na okay vielleicht muss ich also doch entsorgen komm hier mach Platz mach Platz mach Platz komm hau drauf geht doch geht doch wer ist da wer ist da da check das will ja komm ich jetzt wo komm ich da jetzt nur rum gar nicht okay hoffen wir dass du da einfach nicht gesehen wirst so wieder Spinnenhänger Bambuspfeil ist noch ausgesucht noch ein Stück tiefer na immer noch nicht jetzt aber zack fallen lassen oh okay we're picking up a bogey on the perimeter get the count ready to evacuate just in case oh and we let his tracking device in building six you know the little giswell that'll find a case he gets nabbed Okay, vor der Spuren liegen. Das ist doof. Das ist sehr doof. Scheiße. Einfach weg. Einfach erst mal weg. Wollte 6. Was ist das? Ah, Ausrüstung. Kaufbombe. Ah, das ist gut. Das ist sehr gut. Gut. So. Jetzt wieder die ganze Schose hoch hier. Ah, ha, ha, ha. So, rauchen wir. Holen wir die ganze... Ach, wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? So, da ist erst mal nix. Oh, was ist das? Da, er geht es um das Tracking-Device. Wenn wir ihn folgen, wird er uns direkt zu ihm. Okay. Kleine Verfolgungsmission. Wo bleibt er? Wo war einer? Das ist der zweite. Ein bisschen Abstand lassen. Und werkt? Zack. Muss ich jetzt da unten mit rein? Dann machen wir das mal oben. So, hier wieder Smoke. So, hier ist es ruhig. Gucken wir mal, wo ist er? Da ist er nicht. Wow, scheiße. Nicht, nicht rennen. Da ist der Feiersender. Hm, hm, hm. Da ist er ruhig. Und jetzt. Ah, doof, doof, doof. Ah. Ah, verschlossen. Nein, schnell hacken, 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 hacken. Oh, shit, 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 shit. Wow. Komm ich da irgendwie? Ah. Das gefällt mir gerade gar nicht. Weil ich habe hier keine Hakenpunkte? Nein! Ja, komm. Klatsch. So. Also ganz normal hier. Rauchbombe. Klar. Runter. Gucken. Da hackt er irgendwann ein. Warten, warten, warten. Ja, komm. Willst du noch mal ohne Kack spielen? Mal flippern. Komm mit mir hin. Komm mit mir hin. Kommt ich da unten? Ah, da unten kommt er da. Das ist... Das ist sehr elegant. Und da ist noch ein... ...ein... 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 ...lüftungsschacht. Rechts. Damit komme ich wahrscheinlich relativ unbemerkt... ...in das... ...gebäude... ...was ich jetzt so direkt mal... Ja, großartig. Selbstschussanlagen. Aber? Ha, ausgetrickst. Buhaha. Niemand legt sich mit einem Ninja an. Ach, Hunde. Tolle Wurst. So. Und schnell genutzt. Was ist das? Ja. Komm. Was war das jetzt für eine doofe Sache mit dem Schalter? So. Hä? Ich verstehe diesen Schalter nicht. Egal. Von oben hinunter. Okay. Okay, okay, okay. Haben wir das schon mal. Da haben wir das schon mal. Neu ist sie für ein Attraktiv. Was war das? Ja, komm. Gib ihm. Ne, da bin ich gerade reingekommen. Ach, hier bin ich schon wieder. So, diesmal ohne gesehen zu werden. Optimal. Und fallen lassen. Schubdawup. So. So. Da noch nah. Ja, Alternativroute finden. Spin ja schon, aber ey. So. Hier geht der Laser. Okay, aber da unten ist noch... Da kann ich runter. Da geht der Laser nicht durch. Und hoch. Und... Ah, alles klar. Jetzt macht's... Jetzt macht's auch Sinn mit dem Schalter. Bin fasziniert. Nein, das ist so kümmer. Das war dumm. Das war so dumm. Boah. Beinah schon wieder. Ich sollte an meiner Feinmotorik eigentlich nicht arbeiten. So. Jetzt warten, was der Hund macht. Patrouilliert kurz. Also hoch. Und hoch. Und Schalter. Rein. Und hey. So. Laser, Selbstschussanlage. Nee, da ist nix. Da ist nix. So. Im Knallkörper natürlich nicht, aber ich hab Bombuspfeile. Mit der ich jetzt nebenan da Terror mach. Dann geh ich hoch. Warte, bis der Laser... ...dann versteck ich mich. Und sobald der Laser wieder... ...über geht. Raus. Töten. Und jetzt haben wir... ...die Versteckung haben wir lieber. So. Hier ist ein Schalter. Wo ist er? Oh. Okay. Den haben wir jetzt... ...quasi... ...den locken wir jetzt quasi runter. Sobald er mir den Rücken zudreht, hat der eine... ...karte... ...Schnalschneide. Du Körper. Nein, da ist nix. Da ist nix. Dreh dich um. Du. Oh. Hack. Dude. So, gucken wir mal, ob ich die zweite Leiche da auch noch reinkriege. Nein? Ich kann oft tauschen. Alles klar. So. Jetzt muss ich... ...irgendwie unbemerkt... ...wenn der Hund mich bemerkt ist, glaube ich... ...relativ schlicht im Schacht. Aber mit dem Haken... ...alles überhaupt kein Problem. Yeah. So. Boah, da muss ich jetzt mit... ...mit Zeit einfrieren arbeiten. Ah. Also. Oha. Hoho. Hoho. Like a ghost. Like a ghost. Hohoho. Übel. Äh. Äh. Ah. Gar nicht mal so doof. So, die Fiege ist auch trotzdem. Da heißt, ich muss wieder hoch. Dann muss ich... ...da rüber. Da ist er doch. Jetzt kannst du ihn nur töten und das Gerät nehmen. Oder wenn du multiple fühlst, schaust du sie nicht mehr. Ich bin ein merciful Gott. Ah. So. Amoiz. Ich lasse mich trotzdem erstmal umnieten. Und das Ganze nochmal. Das ist ja... Das war dumm. Das war der falsche Knopf. So. Mit B. Und... ...die... 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 Hallo. Ah! Woher ist er denn? Ja. Jetzt. Zack. Ja, jetzt wieder blablabla töten oder milde gestimmt. Sehr einfache. Jetzt... ...dann kannst du ihn nur töten und das Gerät nehmen. Oder wenn du dich merkt, spiel es von ihm. Woh! Nuss! Ja, ich will überspringen. Komm, Niete, mich nochmal um. So, einmal versuche ich das jetzt noch mit... mit, äh... mit, äh, Klauen. Ja, das hat immer noch nicht funktioniert. Dann muss er leider ins, äh... Gras beißen, ja. Er ist. Jetzt kannst du ihn nur töten und das Gerät nehmen. Oder, wenn du dich beruflich fühlst, ihn von ihm fühlst. Öffne dich schnell! Das Gerätgerät! Sie kommen! Wohin? Hey, Tore! Hm. Das war nicht so gut. Also versuchen wir das noch mal. Warum? Der Elevator blockt den Insel. Wir müssen ihn aus dem Weg gehen. Kann ich hier vielleicht mal irgendwie auslösen? Nein, kann ich natürlich nicht. Ich muss natürlich da unten rein. Na, tolle Wurst! So. Kann ich da irgendwas... Könnte ich... Ah! Hund und Wache. Das ist fies. Verstecken wir uns erstmal. ... Trinkt natürlich nichts. So. Nächster Versuch. So. Lenken wir erstmal den ab. Dann machen wir den da kaputt. Was? Hm. Warum? 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 Was soll was? No, was soll was? Hm, hm, hm. 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 Also wieder. Hm. Da hätte ich nicht mal ne Chance mich dadurch zu kämpfen. Aber ich hätte so wahrscheinlich. Ich sehe sie gerade noch nicht. Aha. Hier kaputt. Jetzt sind wir gerade abgelenkt. Da, 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 da. So. Mehr Glück als Verstand. Was bei mir auch nicht schwer ist. Boah. Laserfallen. Überall Laserfallen. Na. Boah. Alles. Aber diesmal gar nicht. Okay. Das. So. Switch. Switch. Geht da runter da? Gucken wir mal, was da los ist. Was geht los da rein? Hab ich da? Hä? Hä? Wie soll ich das hin? Das lassen wir. Da hab ich jetzt keinen Nerv drauf. So. Laser. Versteckt. Rüber. Warten, dass die Laser wieder zurückgehen. Und. Bam. Weg, Großer. So. Noch ne Laserfalle. Ey. Nö. Okay. 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 Geh weg, geh weg, geh weg. So. Dann. Machen wir das. Und. Ähm. Äh. Ja. Drei. Okay. Hier raus. Hier kommen wir raus. Gib ich da unten noch was? Wow. Jo. Oh. Jede Menge Laser. Die man nicht ausschalten kann. So. Also. Gucken wir uns erstmal ganz so raus. Die kann ich nicht kaputt machen. Der Köter, der wird mich riechen. Er ist mal wieder weg. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Hier könnte ich aber unten durch. Das ist sehr schön. Elegant. Elegant genutzt. So. Da, da, da. Puh. Gar nicht mal so easy. Gar nicht mal so easy. Gute Arbeit. Jetzt geht's. So. Jetzt hätte er nur noch mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Clown funktionieren sollen. Und der Run wäre eigentlich total gut gewesen. Äh. Okay. Statistiken wurden hochladen. Sehr gut. So. Füllte acht Wachen haben wir nicht gemacht. Fülle fünf Mülltonnen mit erledigten Wachen. Der kommt auch so was. Ich nicht. Egal. Aber wir haben keinen Alarm ausgelöst. Dafür sind wir aufgestorben. Egal. Ähm. Ja. Und wir sind durch. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Du hast doch noch mal einen Ort. Bis dahin. Verknall im Nachhinein. Sie ist schon. Verknall im Nachhinein. Oder nicht.